Finde ich persönlich gut, weil so nur noch Topspiele stattfinden, oder? Wird dem Ganzen mal ne Chance geben. Ne, ich... Wir reden darüber nicht, Chat. Ähm, wir reden darüber nicht, was hier gerade passiert ist. Ich hab wieder eine Sekunde gezuckt, ne? Wahnsinn, ey. Irgendwann wird es passieren, Chat. Irgendwann wird es passieren. Nein, nein, nein! Es ist passiert! Chat, es ist passiert! Es ist passiert! Er sagt, du Scheiße, aber es ist passiert! No way! Es ist passiert! Es ist passiert! Es ist passiert! Ich kann in Ruhe sterben! Es ist passiert! Oh mein Gott! Wie random, Bruder! Wie random! Es ist passiert! Let's go! Ich bin drin im Icon-Club! Ich bin drin! Die Herren der Kraken sind zurück! Es ist ne absolute Müll-Icon! Aber dafür stehe ich seit FIFA 21 mit meinem Namen.